Ein schillernder Abend verlangt einen schillernden Auftritt. Ankunft des deutschen Modeschöpfers Harald Glöckler in einer Kutsche mit sechs Schimmeln. Prominente aus dem internationalen Showgeschäft gehören wie die extravaganten Roben zum alljährlichen Treiben. Diesmal ist Oscar-Preisträgerin Hilary Swank aus den USA dabei. Auch Österreichs Bundespräsident Fischer und Gattin erleben, wie 144 Debütantenpaare den Ball eröffnen, nach einer ausgefeilten Choreografie. Viel Schönes für Ohr und Auge, das Staatspalett präsentiert sich. Genauso wie Stars der Wiener Oper. Der Donauwalzer von Johann Strauß, das Signal, parkettfrei für alle Gäste.